Freunde, kleiner Tipp von mir, so am Rande, wenn ihr mal so wieder in der Fußgängerzone unterwegs seid, das war ja nicht allzu oft, aber heute war ich da in der Mittagspause am Samstag, und ihr werdet da von irgendwelchen Tierschutzorganisationen, rettet den Diesel oder was weiß ich, von irgendwelchen anderen Vereinen oder wildfremden Leuten angesprochen, und ihr wollt euch nicht rausreden, so, ich spende ja schon so viel, oder ich glaube, ich bin ja schon in euren Vereinen drin und so, wenn euch das, ja, bevor man die Leute da anlügt, da habe ich einen kleinen Tipp, da sagt man einfach, ich bin im Dienst, und schon wissen die Leute Bescheid, nicht? Aber kleiner Tipp so am Rande, ne?